Ist das süß? Anu, übe schon! Schön! Mäuschen! Es ist ja süß, dass du Kraft hast, aber... Ist das süß? Ist das niedlich? Anu, ganz vorsichtig! Sie sind auch nicht vorsichtig, die Zwicken! Ja, Anu, so warst du früher auch mal. Ja, Mama, sag mal für Ordnung. Du hast sie zur Welt gebracht, für Ordnung sorgen können andere, ja? Das ist Arbeitsteilung! Was? Jedenfalls sind die Beruhigungen weg jetzt. Ja! Oh, Mäuschen! Oh, wie dicke Brüchlein! Boah! 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 Boah!